Leute, ich habe gerade eigentlich gar keine Zeit. Ich bin auf dem Weg zu einem Termin, aber mir ist es ganz wichtig, mich bei euch noch zu melden. Erstmal danke an den ganzen Support, was die Boxen, was das Album, was alles betrifft. Wir haben 12.500 Boxen hergestellt. Wir haben nur noch 500 Boxen übrig. Leute, wir sind noch nicht mal bei 6 Inhalten. Noch 500 Boxen übrig. Bei Amazon sind wir gerade ausverkauft, aber es sollten noch 300 Boxen da geben, die Tage. Und im Katja-Shop gibt es noch 200. Wir sind Saturn ausverkauft, Mediamarkt ausverkauft, Amazon gerade ausverkauft. Danke, und das, obwohl die ganzen Inhalte noch nicht draußen sind. Obwohl noch so viel Zeit ist, bis das Album rauskommt. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich unglaublich. Bis zum nächsten Mal. Leute, auf jeden Fall danke dafür. Mediamarkt ausverkauft gegangen, Saturn ausverkauft gegangen. Wir haben noch nicht mal alle Inhalte draußen. Der Hauptinhalt kommt noch. Zieht nach oben. Sichert euch, bevor alles weg ist. Eure letzte, limitierte, eure Mami-Box zieht nach oben. Gönnt euch und ich liebe euch.